Eine Droge überschwemmt Europa. Die Leute kommen ja überwiegend hierher wegen dem Crack. Man sagt ja auch Crackfurt statt Frankfurt. Also ich würde sagen, 90 Prozent der Leute sind wegen Crack hier. Aus Kokain wird Crack, das schon für eine Handvoll Euro zu haben ist. Ich muss dann um Hilfe rufen von der Polizei, dass mir nicht jemand einen Fünferstein abnimmt und mich dafür nicht absticht. Was ist die Hauptdrobe? Crack, 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 Crack. Billig, leicht verfügbar und extrem süchtig machend. Crack wird in immer mehr Städten mitten in der Öffentlichkeit konsumiert.